ein neues hungriger hugo video können wir uns mal reinziehen all right okay was läuft was läuft willkommen zum nächsten video auf der autobahn mit sascha warum jeder jeder filmt sascha werden er raucht mann der arme der arme junge die leute von ingame euch ihr seid alles doch nicht nur mit ingame hat monta ein problem capri sonne hat ihn nämlich von amars live event ausgeladen respektiere ich stell dir mal vor du wirst von capri sonne gepickt ist doch von capri sonne der meinung für mich logische schlusskonsequenz ich weiß nur dass danny da dabei war und auch ein paar marikadron gewonnen hat und er bekommt einfach so ein capri sonne paket nach hause und das ist einfach ich glaube das macht diesen jungen so happy weil er einfach nur capri sonne trinkt hat maybe next time du warte capri ist von capri sonne nein das ist was anderes oder das muss was anderes sein das ist doch nicht von capri sonne das heißt doch einfach nur auch capri oder jetzt auch gerade bei den punkt da es lädtet das magnum dings drauf zu hören du bist ein hirnpädel du hast löscht fand ich schon immer besser ich weiß ihr werdet sowieso gleich lachen warum googelt man free porn welcher polis denn nicht free die geist ob so ein horn ab was kostet ich bin kein motto das stimmt dieser stream ist doch dieser porn hier ist tatsächlich auch free tatsächlich ihr seid ja nicht gezwungen zusammen das macht ihr freiwillig um mich und meinen schniegel zu unterstützen aber das finde ich sehr nice weil ich ja halt einfach nicht mehr leisten sind sie bekifft nein sie haben eben vorher gesagt es ist der perfekte snack wenn man gekifft hat oh man ist das unangenehm dinger stell dir mal vor du bist da einfach fuden und du fragst dich ich frag einfach was sag mal ob ich wichse ach so entschuldigung entschuldigung sprechen in zwei jahren wieder haha in zwei jahren war ab 15 kann man kiffen kiffen wir sie wait der dad der meinte mit den sie streitze nur dass sie das sie sie gesiezt hat und nicht dass sie dem kiffen ist er größer als du oder kleiner als du junge wie viele sprachfehler hast du das legendärste trio der twitch geschichte ich hab dir gesagt du würdest gut bei onlyfans verdienen wer würde bei ihr onlyfans abschließen alle eins das heißt ja das mit dem das war nur eine handweg jede eins sind 25 euro ist die nicht also ist die ich sie nicht irgendwie ultra minderjährig die ist doch safe ultra minderjährig oder die ist 18 okay wirst hässlich in der mitte hä holt's maul wir nehmen gleich deine mutter nachdem der rentner nun beleidigt abgezogen ist endlich in ruhe auf hungriger um zu reagieren oha chat mach mal einen gruß ja ich klicke doch jetzt da drauf oh mach nochmal von vorne chat ist das von ja die legen sich jetzt auf dass wir weiß haben nicht schwarz du hast den white modus abschauen bist du wie kann man das denn ändern diese drehen durch nur weil man ein ding hat ja digga ist halt wirklich so alter immer dieses durchdrehen chat light mode ist doch jetzt nicht so schlimm oder also ich finde legit der einzige light mode der richtig schlimm ist ist auf twitch twitch also ich ok youtube und twitch ist das schlimmste aber ich finde so instagram light mode oder twitter light mode kann mal sehr erfrischend sein so ok und disco ja ok gut ja light mode ist dreck wir haben es ja ok freiwillig white mode drinnen haben digga die gehören lebenslangen knapp chat wir können nicht lauter machen ist doch gut man wo sollen wir lauter machen achso oh ich fühl ne ich fühl die aber so hart wirklich guck ich fühl die so hart wirklich das ist immer die leute 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 mann macht doch noch den quack kopfhörer lauter können wir echt ah oh meine ohren platzen kleiner wer schreit euch denn immer ins mikro dass eure ohren so schlecht geworden sind man real talk chat du ach komm jetzt gib mir nicht den nee jetzt gib mir nicht den nein 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 gib mir jetzt nicht den mach nein das mach ich jetzt das dauert mir jetzt ah bei mir fällt das schon auseinander hier lauter ist die verrückt oh das ist voll laut ist das nicht laut geht achso hörst du nichts ich glaub die kabel sind schrott mann schmutz jetzt aber endlich die reaction let's go diga memos lache neunzehn monate subscriber diga neunzehn monate subscriber diga neunzehn monate subscriber neunzehn monate neunzehn monate naunzeh neunzehn monate neunzeh Ich schwöre auf alles, ich dachte, die ist 40. Ich schwöre ich. Die ist nicht 15. Die sieht legit aus wie eine Oma. Ich dachte, du bist 40 aufwertig. Warum denken alle, dass ich irgendeine scheiß Oma bin? Keine Ahnung, Digga, weil vielleicht du Oma-Ohrringe und Ober-Oberteil, eine Oma-Kette und Oma-Haare hast. Alter. Oh! Das ist wirklich der absoluter Lieblingsclip von Simon jemals. Ich liebe den. War die beste Investition überhaupt. Ich kann einfach in das Zimmer von fremden Leuten gucken. Spaß. Die Wohnung habe ich gekauft. Ich liebe das wirklich. Ich liebe diesen Clip. Spaß. Die Wohnung habe ich gekauft. Das ist so weird flex, aber ist so gut. Wir sind sehr stolz, euch hier live im Fernsehen zu haben. Und wenn Gisela was raushaut, dann haut Gisela... Hey, Arsch. Set, Arsch. Set, Arsch. Der künstliche Applaus ist echt trinkt. Ich packe meinen Koffer für Malta und nehme mit. Ich habe sie sogar dabei. Twitch, wie gesagt, ganz kurz. Oh, mach. Nein, nein, nein. Nichts mach, oder? Two seconds later. Alles, aber ja. Ey, der hat so Balls. Also wirklich, dass der sich das immer noch traut. Der hat ja... Junge, der hat so Balls, dass der sich das immer noch traut. Das darf man sagen. Ist okay. Wenn ich jetzt mit der Kamera gleich auf Scherz hinmache, dann ist da nur mein Hotelzimmer. Aber die kennt ihr ja noch. Oh, guck mal da rechts. Ist nicht mal, im Übrigen, ne? Ist sogar zu. Alter, warum muss man das so provozieren? Wie kann man so horny sein? Na gut, okay, das verstehe ich schon. Aber man muss es ja nicht mal zeigen. Panini-Sticker Opening mit echten Vollprofis. Pass auf, so macht man es. Mach mal was. Digga, Panini ist doch actually diese andere Residenz-Sleeper, oder? Damals, so in der Schulzeit, war das das Geilste. Aber heute? Einfach mal sammelt das irgendjemand? Lecken an dem Ding. Diesmal schminken die echt gut. So, sagen wir mal hier an. Oh, Brasilien. Brasilien. Dann haben wir hier einmal Casper. Brasilien. Achso, du meinst jetzt bei dir. Es gibt kein Brasilien-Bayern. Ah, Trophäe. Und Deutschland. Emotion. Wie? Oh, Holo hinten dran. Sergei Gnabry. Presne Klimpembe. Aus Italien. Krio Immobilien. Chir-Immobilien. Immobilienmakler. Gergolini, Wladenum. Jorginho, one out of them. Guadalupe, Dominicomorumpa. Gijo Donnarumma. Xaver Schlager. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin dein Amt und aus Birol. Wir freilich. Mongo. Ich hab'n Geilnissen gemacht. Weißt du, wie er aussieht? Der Kapitän von den Simpsons in Dünn. Arr, arrr, 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 arrr. Ich schwör' dir, original sagt er nicht. Arr, arrr, arrr. Ohne Scheiß, wer weiß, wer ich bin. Wer weiß, wer ich bin. Weiß keiner. Ich fand' das so witzig. I need you. Knossi und Monte. Soi. Oh mein Gott. Das letzte übelste Voice-Crack gerade. Hast du was gehört? Are you an Incident? Scheiße. Über Casinos. Du spielst gar nicht mehr privat, oder was? Null. Ich hab' nichts gespült. Das ist super. Lass' mal weg. Lass' mal weg zwei Monate. Nee. Marcel. Dann hab' ich nichts mehr im Leben. Was? Was passiert hier? Wer bist du denn? Hä? Nee. Ich hab' Cristiano Ronaldo in Russland eingeklebt. Der ist doch am Maximal los. Es war schon immer so, dass ich immer jünger aussehe als die anderen. Und später, wenn ich dann älter bin und dann jünger geschätzt wird, dann ist gut, ne? Marcel wird immer älter geschätzt. Ja. Du hast so eine sehr kleine Freund von der Seite. Ich hab' mal meine Oma gefackt, wie alt die dich schätzt. Die meinte 40. Was gibt's denn da zu lachen dahin? Ey, jetzt mal real talk. Real talk. Monte. Monte könnte auch einfach 40 sein. Ey, jetzt mal real talk. Monte könnte auch einfach 40 sein, oder? Auf billigen Grenzen. Das ist sogar Memo hat sie jünger geschätzt. Ich seh' auch jünger aus. Masha. Wenn ich mir Zigaretten holen, fragen die oft noch hoher. Hast du einen Ausweis dabei? Ja, genau. Was gibt's dazu, ne? Ja, genau. Jetzt sieht der Graue auf dem Kopf aus, dass der jetzt verheiratet ist. Findet jemanden, mit dem ihr so zusammen lachen könnt und ihr werdet glücklich. Schreibt Deutsch, ne? Nicht Englisch immer, Mann. Das ist sweet. Jetzt in der Corona-Zeit hab ich wieder ein bisschen zugenommen. Wieso macht ihr keinen Sport im Keller? Ja, Fitnessstudios haben wir zu. Im Keller? Ja, er hat auch geschlossen. Ich schwöre dir, es ist einfach das Lameste der Welt, bei sich zu Hause Sport zu machen. Sorry. Jeder, der das macht, ist ein Psycho. Also, ich weiß nicht, wie ihr das schafft so, aber sorry. Zu Hause Sport zu machen ist einfach nur bekloppt. Das ist einfach nur dumm. Ich bin auf der ISO-Matte und mache die ganze Zeit YouTube-Tutorials. Ne, okay, ich bin eigentlich nur neidisch, dass ihr das hinbekommt. Das ist der einzige Grund, warum ich das hate. Auch Nick macht es im Stream zu Hause Sport. Chad, ich mache es im Stream zu Hause, weil ich... euch dazu motivieren möchte... Ach nee, komm, scheiß drauf. Warum versucht ihr mich immer mit solchen hinterlistigen Fragen zu entblößen? Was soll das? sakte's. Untertitelung des ZDF, 2020